Der chinesische Versicherungsmarkt ist sehr staatlich reglementiert. Es gibt große staatliche Versicherungsunternehmen wie Pingan, PICC, CPIC. Die teilen sich 70 Prozent des Marktes auf und wer dort mithalten will, der muss versuchen, auf gleicher Ebene, mit gleicher Kultur und mit gleicher Verhandlungsintensität wie die chinesischen etablierten Versicherer zu agieren. Kultur, ich habe es angesprochen, ist das wesentliche Merkmal eigentlich. Die Kultur Chinas ist total unterschiedlich von der europäischen. Das geht in die Verhandlungen, Verhandlungen über Schadenzahlungen, Verhandlungen über Versicherungsnahme und man muss sich als internationaler Versicherer der Kultur angleichen. Man kann nicht mit europäischer Attitüde versuchen, in China Geschäft zu machen. Dann wird man nicht erfolgreich sein. Wenn man es schafft, chinesisch zu sein, nicht ohne Disziplin eines europäischen Versicherers walten zu lassen, aber wenn man es schafft, chinesisch zu werden, dann wird man Erfolg haben. Noch mal nachgehakt, was muss man denn als ausländischer Versicherer beachten, wenn man in China erfolgreich sein möchte? Es gibt eine hohe Fluktuation in der Mitarbeiterzahl in China. Mitarbeiter sind zwar loyal zum Arbeitgeber, würden aber auch wechseln, wenn ein anderer Arbeitgeber ihnen schlichtweg 10 Prozent mehr Gehalt zahlt. Die Gehaltszahlungen in China sind relativ gering verglichen mit europäischen und das Abwerben läuft fast wöchentlich. Das heißt, man muss versuchen, die Personalpolitik darauf einzustellen, mit Benefits für die Mitarbeiter und mit einem guten Arbeitsumfeld die Mitarbeiter zu halten. Das braucht man auf jeden Fall, um erfolgreich zu sein. Und dann muss man mitschwimmen mit den großen chinesischen Versicherern, was Kapazitäten angeht, was Marktpräsenz angeht. Denn da sind die uns in keiner Weise hinterher. Es gibt extrem enge Kundenbindungen und die Kundenbindungen muss man als ausländischer Versicherer auch versuchen, aufrechtzuerhalten. Sie haben in Ihrem Vortrag angesprochen, Ausländer teilen sich vier Prozent des chinesischen Versicherungsmarktes. Das ist ja sehr gering. Wie lässt sich dann diese hermetische Festung aufbrechen? Ja, es gibt Nischenmärkte in China. Ein Nischenmarkt ist Casualty, Haftpflicht, D&O. Da sind die chinesischen Versicherer noch nicht auf gleichem Know-how wie die europäischen oder amerikanischen. Das kann man versuchen zu nutzen, um über den Weg Marktanteile zu gewinnen. Man muss aufpassen, wenn man in die direkte Konfrontation mit den Etablierten geht. Denn die sind so enorm stark, dass sie im Kampffalle jeden Preis unterschreiten würden. Also versucht insbesondere die AXA mehr in Partnerschaft mit den chinesischen Versicherern zu agieren, um eben gemeinsam die Stärken der AXA umzusetzen. Das ist Internationalität. Das kann sein Kapazität. Das ist auf jeden Fall internationales Know-how und unser Netzwerk. Und das den chinesischen Versicherern auch zur Verfügung zu stellen. Digitalisierung haben Sie auch angesprochen. Da ist man in China voraus. Was kann man da lernen und was haben die da voraus? In China läuft sämtliche Kommunikation über Ihr Smartphone. Das sind Zahlungswege. Sie zahlen nichts mehr in Bargeld, wenn Sie nicht wollen. Das läuft alles über Kommunikations-Apps. Sie können mit Ihrem Freund Geld tauschen, im Restaurant bezahlen und das Geld gleich teilen. Das läuft alles über Applikationen, die Sie auf Ihrem Smartphone haben. Da ist China weit voraus. Sicherheit ist auch gegeben. Ich selbst benutze eigentlich nur noch bargeldlosen Zahlungsverkehr, habe da kein Problem erkannt und habe auch den Eindruck, dass die chinesischen Behörden sehr viel Wert auf IT-Sicherheit legen. Alles, was Reporting und was Ausarbeitung von Technologien angeht, da ist China auch weit voraus. In den Schulen ist Computer eigentlich Gang und Gebe. Kinder können sich technisch viel besser aus, finde ich. Ich habe den Vergleich zu meinen Kindern, als sie in der europäischen Schule waren, als in Europa. Das gehört zum Tagesablauf, alle Sachen digital zu erledigen. Sie gehen auch nicht mehr einkaufen. Sie lassen Sachen bringen und das ordern Sie über Ihr Smartphone. Wenn Sie unterwegs sind und merken, ich brauche noch eine Kiste Wasser und eine Kiste Milch, dann ordern Sie das. Und wenn Sie in zehn Minuten zu Hause sind, steht da schon einer, der Ihnen das bringt. Also da ist China weit voraus mit allen Dingen, die IT-Technologie angeht. Jetzt ist in letzter Zeit in China ganz schön rauf und runter gegangen wirtschaftlich. Und ohne einen Blick in die Glaskugel zu werfen, wo sehen Sie denn den chinesischen Markt in den nächsten fünf Jahren? Ja, also ich glaube schon, dass das Potenzial noch da ist in China. Dass auch China versucht, die Potenziale zu heben, die sie selber sehen. Das muss nicht unbedingt die Billigproduktion von Gütern sein. Da gibt es ja schon Abwanderungen in Richtung Bangladesch oder in Richtung Vietnam und in den Indonesien, Philippinen. Das werden viel höherwertige Leistungen sein. China unterstützt die Infrastruktur in Asien in gehobenem Maße, geben Kredite und geben auch gleichzeitig die Bauleistungen in die Länder, um Infrastruktur wie Straßen, wie Flughäfen und so weiter aufzubauen. Und das wird die Zukunft Chinas sein. Es wird die One Belt Initiative sein, die versucht, China über Indien und dann hoch in die arabischen Länder bis nach Rotterdam zu führen und dort Infrastruktur aufzubauen. Über Kraftwerke, über Flughäfen, über Zugverbindungen, um halt den internationalen Güteraustausch von Rotterdam und dem Nordseehafen bis nach China hin zu bekommen. Und China ist da hauptsächlich ein Investor.